Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in dem vorliegenden Antrag fordert die AfD-Fraktion den Erhalt des Braunkohlestandortes Sachsen-Anhalt. Wir befassen uns mit einer existenziellen Frage, nämlich der Zukunft des Energie- und Wirtschaftsstandortes in unserem Land. Es geht um tausende Arbeitsplätze, um bezahlbaren Strom, um Versorgungssicherheit. Es geht um wirtschaftliche Prosperität. Vor allem aber geht es um das dramatische Versagen dieser Kenia-Koalition. Durch den linksideologisch motivierten und von großen Teilen der CDU mitgetragenen Braunkohleausstieg opfert die Kenia-Koalition erstens tausende sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, zweitens sorgt sie für explodierende Strompreise, drittens gefährdet sie unsere Versorgungssicherheit im Energiesektor und viertens ist sie verantwortlich dafür, dass Sachsen-Anhalt im Ländervergleich beim Wirtschaftswachstum die rote Laterne vor sich her trägt. Kurzum, SPD, Grün und auch die CDU versündigen sich an der Zukunft unseres Landes. Ich komme erstens zur Gefährdung tausender Arbeitsplätze. An der Braunkohleindustrie in der Region hängen 5.000 direkte Arbeitsplätze bei Tagebaubetreibern, Kraftwerksfirmen und Zulieferern. Hinzu kommen weitere 15.000 indirekt geschaffene Arbeitsplätze aus Dienstleistungen und erbrachter Kaufkraft. Bei der Firma Miebrax sind in Sachsen-Anhalt 2.700 Mitarbeiter angestellt. Für das Kohle-Chemie-Unternehmen Romonta mit Sitz in meinem Wahlkreis in Mansfeld-Südharz arbeiten rund 400 Menschen. Dabei handelt es sich großteils um gut bezahlte und sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen. Vollzeitstellen, die durch den Braunkohleausstieg massiv gefährdet werden. Nun reden Vertreter der Kenia-Koalition und insbesondere Wirtschaftsminister Willingmann gern in blumigen Worten vom sogenannten Strukturwandel und von angeblichen Chancen, die sich daraus ergeben sollen. Doch das ist nicht mehr als leeres Gerede. Was ein Arbeitsplatzverlust für die Betroffenen und ihre Familien bedeutet, zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit dem Titel Arbeitsplätze in der ostdeutschen Braunkohle. Laut Studie waren 76 Prozent der ehemaligen ostdeutschen Braunkohlearbeiter vor ihrer Arbeitslosigkeit in Vollzeit beschäftigt. Sechs Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit haben lediglich 27 Prozent, also nur einer von vier Arbeitern, wieder eine neue Stelle gefunden. Auch nach 15 Monaten waren lediglich 40 Prozent wieder in Vollzeit angestellt. Ehemalige ostdeutsche Braunkohlebeschäftigte, die ihre gut bezahlten Arbeitsplätze verloren und eine neue Beschäftigung gefunden haben, müssen auch nach einem Jahr im neuen Beruf Gehaltseinbußen von durchschnittlich 26 Prozent hinnehmen. Laut Studie müssen ehemalige Beschäftigte mit hoher Bildung und mehr als fünf Jahren Berufserfahrung die größten Gehaltsrückgänge akzeptieren. Massiv betroffen sind also nicht nur geringqualifizierte, sondern auch und in erster Linie hochqualifizierte. Die Studienautoren schreiben folgerichtig von spürbaren langfristigen Kosten der Betroffenen auch nach dem Ende der Arbeitslosigkeit. Diese Zahlen nennt Wirtschaftsminister Willingmann freilich nicht, wenn er blumig in der eigenen Art vom Strukturwandel erzählt. Für die Kenia-Koalition sind die betroffenen Braunkohlearbeiter offenbar nur statistische Kenngrößen. Tom Rösel ist Schichtmeister im Elektrobetrieb des brandenburgischen Kraftwerks Jens Schwalde. Er spricht auch im Namen seiner ostdeutschen Kollegen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, wenn er sagt, ich zitiere, Diese Industrie bedeutet für die Region alles. Aus meinem Abiturjahrgang ist noch ein Achtel hier und alle leben direkt oder indirekt von der Branche. Es ist eine super Ausbildung. Es gibt gutes Gehalt. Mal ehrlich, deswegen bin ich auch hier geblieben. Wenn das mal zu Ende geht, dann muss ich meine Ziele, meine Zelte einpacken. Wir haben hier keine Großindustrie, nichts Vergleichbares. Zitat Ende. Stefan Barth ist 30 Jahre alt und arbeitet seit 2007 für die MIPRAG als Energieanlagen-Elektroniker im Sachsen-Anhaltischen Tagebau Profen. Er stellt zutreffend fest, dass es in der Region keinen anderen großen Arbeitgeber gibt, der ihm eine ähnlich sichere Bezahlung bieten könnte. Auf den angeblichen Strukturwandel angesprochen, sagt er gegenüber dem MDR, ich zitiere, In der Praxis ist noch nichts entstanden, wo man sagen kann, das hat Hand und Fuß. Zitat Ende. Auf die Folgen eines möglichen Braunkohleausstiegs angesprochen, sagt er, die Region wäre tot. Ich wende mich jetzt direkt an die betroffenen Arbeiter der heimischen Braunkohleindustrie und ich sage ihnen, wenn ihr einen sicheren Arbeitsplatz und eine sichere Zukunft wollt, dann müsst ihr künftig AfD wählen. Euer Schicksal ist uns nicht egal. Wir werden uns für euch einsetzen, damit ihr eine Zukunftsperspektive in eurer Heimat habt und damit ihr eure Heimat nicht verlassen müsst. Wir wollen, dass auch über das Jahr 2035 hinaus Braunkohle gefördert, energetisch genutzt und zunehmend auch stofflich verarbeitet wird. Und vor allem wollen wir, dass in eurem Bereich auch weiter ausgebildet wird, damit die Braunkohle eine Zukunft hat. Zweitens, explodierende Strompreise. Während die sachsen-anhaltische Braunkohleindustrie durch planwirtschaftliche Vorgaben in den Ruinen getrieben und abgewickelt werden soll, wird der Ausbau erneuerbarer Energien auf der Basis planwirtschaftlicher Vorgaben forciert. Von den planwirtschaftlichen Ausbauanreizen beim Ökostrom profitieren findige Investoren auf Kosten kleiner und mittelständischer Betriebe sowie einkommensschwacher Privathaushalte. Die Folge dieses Ökostromproduktionsregimes ist eine Kostenexplosion bei den deutschen Strompreisen. Dem von McKinsey veröffentlichten Bericht zum Energiewendeindex 2017 zufolge nimmt die Abweichung der Haushaltsstrompreise in Deutschland vom EU-Durchschnitt seit 2009 stetig zu. Mittlerweile liegt der Strompreis in Deutschland mit 30,8 Cent pro Kilowattstunde dramatisch über dem EU-Durchschnitt von 20,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Abweichung beträgt demzufolge 10,3 Cent bzw. 50,1 Prozent. Beim Haushaltsstrompreis ist Deutschland im Jahr 2017 im EU-Vergleich sogar zum traurigen Spitzenreiter aufgestiegen und hat somit Dänemark von Platz 1 verdrängt. Zwischen 2007 und 2017 stiegen im Norden Sachsen-Anhalts die Preise in diesem Segment des Strommarktes bei den Stadtwerken und Regionalversorgern um 25 bis 54 Prozent an. Im Jahr 2007 musste ein Haushalt in Blankenburg mit einem Jahresverbrauch von 3.600 Kilowattstunden eine Stromrechnung in Höhe von 737 Euro begleichen. Im Jahr 2017 waren es bereits 1.139 Euro. Das heißt ein Kostenanstieg in Höhe von 402 Euro. Im Jahr 2018 sind erneut Hunderttausende Privathaushalte von steigenden Strompreisen in Sachsen-Anhalt betroffen. In der Ausgabe vom 5. Mai 2018 kommentierte die Volksstimme die steigenden Strompreise für die Verbraucher unter dem Titel Strom in Sachsen-Anhalt so teuer wie nie, wie folgt. Also vor einem Monat, Zitat, Preisanstieg in den vergangenen zehn Jahren um bis zu 50 Prozent. 18 Jahre nach der Energiewende produziert das Braunkohleland Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Doch die Haushalte zahlen dafür einen hohen Preis, Zitat Ende. Ein hoher Preis, der durch die Nutzung der Braunkohle und der effizienten und damit umweltschonenden deutschen Kohlekraftwerke vermieden werden könnte. In diesem Zusammenhang schreibt die Stromverbraucherschutzvereinigung NAEB, ich zitiere, Die günstigste Stromversorgung in Deutschland, die rund um die Uhr verfügbar ist, gibt es durch Braunkohlekraftwerke. Sie erzeugen die Kilowattstunde für 2,5 Cent. Der Wirkungsgrad liegt bei 40 Prozent. Das heißt, nur 40 Prozent der freigesetzten Energie werden in Strom umgewandelt. Dieser Strom würde dann 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde für private Haushalte kosten und nicht 30 Cent pro Kilowattstunde, wie das durch diese verfehlte Energiepolitik der Kenia-Koalition gekommen ist. Zum Thema Versorgungssicherheit werde ich noch eingehen in meiner zweiten Ansprache hier. Ich werde das deswegen nicht weiterführen, weil ich glaube, dass Sie eigentlich wissen müssten, dass ohne die Braunkohle bei uns, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, die Lichter ausgehen würden. Die Braunkohle sichert unsere Versorgungssicherheit und das muss auch langfristig so bleiben. Ich komme jetzt zum Schluss und fordere Sie auf. Erstens, der heimische Bodenschatz der Braunkohle in Sachsen-Anhalt muss zur Wahrung der Importunabhängigkeit und Versorgungssicherheit sowie zum Erhalt von Arbeitsplätzen im Land über das Jahr 2035 hinaus langfristig unter Verwendung modernster Filtertechniken energetisch und unter Aufwendung innovativer Verarbeitungsverfahren stofflich genutzt werden. Zweitens, ich bin am Ende. Im Rahmen der Planung von Braunkohletagebauern soll eine stärkere Bürgerbeteiligung stattfinden und betroffene Bürger sollen angemessen entschädigt werden. Vielen Dank. Herr Pfahle, es gibt noch zwei Fragestellungen. Und zwar Herr Erben als erstes. Herr Erben, Sie haben das Wort. Herr Kollege Pfahle, als Bergbau- und Energieexperte Ihrer Fraktion haben Sie sich ja vermutlich auch mit den geologischen Gegebenheiten hinsichtlich der Braunkohlevorkommen in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Sie haben ja richtig erwähnt, dass der Tagebau Proven in 2035 ausläuft. Wenn Sie sich dann mal die Vorrede in Sachsen-Anhalt angucken, wo würden Sie denn als nächstes einen Tagebau in Sachsen-Anhalt aufmachen wollen und aufschließen wollen? Das wäre meine erste Frage. Mit der zweiten folge ich noch. Ja, also im Gegensatz zu Ihnen bin ich der Meinung, dass diese Frage, wo man einen Weizen- und Tagebau aufmacht und Braunkohle abbaut, dass man das den Firmen überlässt, die diese Sache seit Jahrzehnten in unserem Land betreiben und zwar erfolgreich betreiben und nicht irgendwelche Wirtschaftsspielchen an irgendeinem Schachbrettisch veranstaltet. Vielen Dank. Nächste Frage. Herr Erben, noch eine Nachfrage, ja? Ja, bitte. Die Frage ist ja nicht beantwortet und deswegen habe ich natürlich noch eine zweite Frage. Die muss ich auch nicht beantworten. Die beantwortet Ihnen gerne der Vorstandsvorsitzende, Herr Miebrach, mit dem ich gesprochen habe. Herr Pahle. Herr Erben, Sie haben das Wort jetzt. Sie sind, glaube ich, als PGF in gleicher Weise verpflichtet, wie ich, sich hier an Regeln zu halten. Und der Herr Präsident hatte mir das Wort erteilt und nicht Ihnen. Deswegen durfte ich jetzt reden. Das will ich jetzt auch gerne tun. Dann will ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Es gibt ja nur zwei Braunkohlevorkommen in Sachsen-Anhalt, wo die bergbaulichen Voraussetzungen gegeben werden, einen Tagebau neu aufzuschließen. Und das eine ist die Egelner Mulde, wobei dort die landesplanerischen Voraussetzungen nicht gegeben sind bis 2020. Und das andere wäre das Vorkommen in Lützen. Und wenn Sie hier beschließen wollen, dass neue Tagebauer aufgeschlossen werden, dann müssen Sie schon die Frage beantworten, wenn nur zwei Vorkommen in Sachsen-Anhalt in Frage kommen, wo Sie das machen wollen. Herr Pfarle, wenn Sie jetzt antworten möchten, haben Sie das Wort. Darauf antworte ich Ihnen klipp und klar. Das Verbot und das Abstellen, dass neue Tagebauer eröffnet werden dürfen, was Sie vorhaben und im Koalitionsvertrag von Kenia festgelegt haben, das muss beendet werden. Und die MIPRAG wird dann entsprechende Pläne vorlegen, die wir dann im Landtag auch zu besprechen und zu beschließen haben. Das ist die Antwort. Wir machen nämlich nicht Planwirtschaft hier, sondern wir machen Marktwirtschaft. Und da haben die zu entscheiden, wie die Unternehmen führen. Ich sehe keine weitere Fragestellung. Dann danke Ihnen Abgeordnete. Ach so, Entschuldigung, Frau Pfle. Herr Pfarle, ich hatte Frau Pfle jetzt vergessen. Sie hat sich zu Wort gemeldet. Frau Pfle, Sie haben das Wort. Herr Pfle, Sie versprechen den Menschen, ihr müsst eure Heimat nicht verlassen. Das haben Sie gesagt. Und was sagen Sie den Menschen, die ihre Heimat verlieren würden, wenn es nach ihren Plänen ginge und neue Tagebauer aufgeschlossen werden würden? Herr Pfle, Sie haben das Wort, wenn Sie jetzt antworten möchten. Also da sage ich ganz einfach, diese Planung, ist doch erstens eine legitime Frage. Und ich habe auch einen Ansatz in der Antwort ja schon gesagt und aus Zeitgründen, weil das auf zehn Minuten reduziert wurde, habe ich dazu nicht mehr ausführen können. Da bedanke ich mich jetzt erstmal für Ihre Frage. Und dann hole ich das jetzt auch nach. Natürlich bin ich genau der Meinung, dass man mit den Menschen, die davon betroffen sind, dass sie möglicherweise umsiedeln müssen und einem Tagebau weichen müssen, dass man denen volle Mitsprache gibt bei der Planung. Und deswegen muss eine Planung auch langfristig vorbereitet werden. Wenn Sie was zu sagen haben, dann melden Sie sich zu Wort und kakeln nicht einfach so dazwischen. Also, dann muss man den Menschen die Möglichkeit geben, langfristig dabei mitzuwirken. Und Sie müssen ordentlich entschädigt werden. Und genau damit wollen Sie die Braunkohle zerstören, weil Sie jede Möglichkeit verhindern wollen, dass neue Tagebauer erschlossen werden. Und damit muss man nämlich im Jahr 2020 anfangen, wenn man im Jahr 2035 diese Industrie nicht beerdigen will. Und wir wollen diese Industrie nicht beerdigen. Wir wollen die Arbeitsplätze für die Menschen. Herr Parler, bitte.